zum großen finale von baldos gate ja damit heiße ich euch erst mal wieder herzlich willkommen ein kleiner dramatischer anfangen denn wir nähern uns jetzt wirklich dem ende dieses spiels und damit ist links bis jetzt längsten projekt ist auf meinem kanal länger als drackensang und bis jetzt noch länger als pils of eternity wobei ich da gute dinge habe dass ich mit pils of eternity vielleicht doch bald los geht überholen kann aber ja es ist endzeit sozusagen wir müssen nur noch durch diese tür hier gehen und kommen ins letzte gebiet also los eine verlassene stadt gut wir können wir dann wieder auf unsere normale formation umstellen immerhin vor ein bisschen spicken ja nichts leichter als das was ich hab genug davon zieh mal nach und da ist schon jemand ach guelst wollt ihr nichts leichter als das schmatzgeräusche und das war jetzt eher eine kleine ablenkung gehen wir mal weiter voran ja die sehen eher so aus als ob sie böse wären okay da hat die moine gruppe entdeckt von wem auch immer und da die so böse aussehen gehört die wahrscheinlich zur sache wo das ist eine komplette kampfgruppe die hatten sogar den buch und den magier so deswegen nicht minz geld kann jetzt mal erst sein denn komm sagts mir sein umhang ab so alle anderen sind okay aus für die gruppe benutzen wir auch ein paar tränke wir haben ja genug aber helden tränke die sparen wir uns für den endkampf auf okay also du trinkst so ein du trinkst so ein du trinkst keinen du auch nicht du tust hast zaubern du zauberst den hier du zauberst den da zauberst du schutz für die böse kollektive zauberst verschwinden zauberst verteidigungs koordination zauberst du zauberst deinen segen noch dann kannst du deine magische kugel zaubern und dann können wir uns mal mit dieser gruppe anlegen hier ein seltsamer ort um auf mitglieder der sonnenbeschienen reiche zu treffen ich werde wissen warum ihr hier seid da ich mit rechner annehmen das mit dem mann sah sarivok an chef etwas gemeinsam habt wir haben nichts zu schaffen wir haben nichts mit sarivok zu schaffen er ist ein böser mann der nur den tod verdient wir sind von kohorten wir sind kohorten von sarivok es geht euch nichts an warum wir hier sind oder wir sind bevor wir mehr sagen wir den gewinnungsverraten wer ihr seid also erscheint nicht zu sagen zu werden wer ist er denn ich bin ravin meine freunde und ich bin selten im diensel des eisenthrons da will ich wohl noch jemand eine rechnung mit sarivok begleichen wir wurden ausgesandt um sarivok aufzuspüren er soll verrückt geworden sein und begonnen haben alle zu ermorden die sich ihm in den weg verstellten einschließlich realtas zu seinem umklick fahrt dieser aber ein hochrangiges mitglied des rades des eisenthrons und der eisenthron lässt sich die ermordung seiner rangung mit jeder nicht so einfach gefallen je länger ich mit euch spreche so bekannter kommt ihr mir vor ihr seid doch talisa oder so was sieht so aus als sei heute unser glückstag wenn wir euch umbringen kriegen wir einen saftigen bonus tut mir leid für euch aber ihr werdet nicht tot oder lebendig gesucht sondern nur tot äh pause du mach erstmal eine todeswolke au da schießt einer mit feuerball zaubern au minz äh nicht in der todeswolke drinstehen das ist ungesund das wollt ihr nichts leichter als das ziehen wir uns mal zurück lassen sie ein bisschen sterben na du du kannst gerne sterben au ja stellt euch ruhig in die todeswolke äh minz minz aua ganze gruppe aua wo zur hölle ist kalid da sind noch ein paar viele übrig ok sind immer noch zwei übrig nicht in die todeswolke komm noch einer und das war's mit dem puh was wollt ihr dann gib mal jedem ein paar äh heiltränke aus außer kann ich der hat noch genug leben so ok netter kampf die todeswolke ist zurück weg gut ja gut dann gucken wir mal kurz ob die irgendwas interessantes dabei hatten du hättest einen flammenfeilzauber den brauchen wir aber nicht unbedingt der robe die sieht aber nicht sonderlich wertvoll aus ein paar pfeile warum sammle ich eigentlich das gold ein schwert eine lederrüstung und du hast wahrscheinlich nur gold und ein knüppel ja du hast ein paar zauber und ein paar ringe dabei ich tue mein bestes ok schutz für den bösen hätte irgendwie am längsten so gehen wir erstmal weiter und suchen den tempel und in der nähe des tempels suchen wir uns dann ein versteck zum rasten der tempel müsste hier gleich kommen sogar schon sieht jedenfalls danach aus ich muss allein mit euch sprechen und das ist total hoch hallo talisa ich wünschte dieses mal bin ich nicht zum reden hier sondern muss die waffe gegen euch erheben ihr habt wohlgetan was ihr tun musstet sarivok weiß von meinem verrat müsst ihr wissen er hat mir abgeschworen mich dem sicheren tot und euch in den weg geworfen ihr müsst darum kämpfen sein vertrauen seiner aufmerksamkeit wiederzellern so stehe ich nun vor euch wohl wissend dass er seine pläne weiter verfolgen wird und ich ihn verliere wenn ich euch niederschlage und wenn ihr mich niederschlagt werdet ihr weiterziehen und ihn töten er wird seine pläne für keinen von uns beiden aufgeben ich habe keine wahl er hat immer eine wahl werft euer leben nicht weg ihr habt euch klar zu einer seite bekannt sterbt also wie auch er sterben wird ich kann euch nicht wehtun ihr seid nicht mein feind das letzte klingt etwas zu weich für talisa mittlerweile sie hat aber auch vom morden genug eigentlich im gegensatz zu diesen söldnern gerade eben vom eisenthron ist sie ja wenigstens so nett uns noch vorzuwarnen und sie klingt verzweifelt also werft euer leben nicht weg es gibt zwar immer eine wahl doch ist das wehen unerträglich geworden ich habe zwei pflichten und beiden geben mir keine Hoffnung nein junger krieger ich muss euch nun entgegentreten so falten und verrottet ich werde euch aus dem weg räumen wenn es keinen anderen weg gibt könnt ihr mich nicht aufhalten ich werde euch nicht wehtun ihr seid nicht mein feind ihr müsst aber ich stehe vor euch versperre euch den weg ich bin das hindernis das euch auffällt ihr werdet mich befreien mit mit mir kämpfen wenn ich euch umbringen muss um vorbeizukommen dann soll es wohl so sein ich werde es tun und euch dabei eure fehltritte gegen mich vergeben wenn ihr euer leben wegwerfen wollt dann seid ihr bereits tot wenn so eure entscheidung lautet dann benötigt ihr mich nicht ihr gleicht euch eigentlich doch nicht so sehr er hätte keinen augenblick lang gezögert vielleicht liegt es an mehr als seinem blut dass er so ist wie er ist ich bin ein nahe gewesen geht euer weg ist frei und ich wünsche euch alles gute ein letztes wort noch hütet euch vor der blindheit mit der alle gefolgswerte geschlagen sind und dem verdammten verdammenswerten reiz derer die führen ein nahe war ich und andere sind es noch macht euch bereit für das feuer ok ich habe noch einmal tamoko getroffen diesmal in der unterstadt sie wollte nicht mehr reden sie kam um mit mir zu kämpfen sarivok hatte sie verlassen da sie mit mir gesprochen hatte und sie meinte sie müsse sein glauben an sie wieder herstellen mein fehlender wille zum kampf bewies dass ich ganz anders bin als sarivok und dass es vielleicht nicht nur ein göttlich sein göttliches blut war das sie zu dem gemacht hat was er ist das war hauptsächlich realta sie sagte sich von ihm los und wünschte mir glück sarivok wartet mit dem fanatischsten seiner anhänger ja es gäbe hätte auch die möglichkeit gegeben hätten wir taboko vor der flammenden faust nicht noch mal wieder getroffen hier ist übrigens der temple eingang dann wäre sie hier gar nicht aufgetaucht dann würde sie nämlich immer noch vor der flammenden faust warten dass wir kommen und hätte einfach so mal gar nichts mitgekriegt aber ok so ich würde sagen wir rasten erst einmal kurz so ja allgegenwärtige autoritätsperson wir fangen dann an hoch zu heilen wir haben eine aufgabe ja so ganz langsam habe ich eigentlich ja ich habe keine zeitenschutzumhang wieder gegeben den nehme ich ihm aber erst einmal wieder weg eure dienerin steht zu euren diensten so zweimal leichte wunden auf dich ja allgegenwärtige autoritätsperson du brauchst auch wieder zweimal leichte wunden was du hast noch genug für kallig so ihr habt eine aufgabe so ja neun äh nein 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 nicht wie ist das habe ich den abgebrochen ich würde eigentlich kallig weiter heilen hast du noch einen hast du noch einen ja du hast noch einen fehlen nein jetzt habe ich gerade einen heilzauber vergeudet so kallig ist fast voll ja hier ist fast voll fehlen nur noch im moin und minsk das heißt noch einmal rasten das hat sogar geklappt ich glaube sariwok macht sich dermaßen in die hosen dass er sich nicht austraut du kannst übrigens den da wieder anlegen so weiter im moin du heilst mal habe ich dir nur zwei heilzauber nein ich habe dir drei gegeben oh du hast doch gar keinen einzelnen verbraucht du kannst dafür einmal im moin heilen und dann einmal minsk achso das war jetzt wieder thalisa das müsste dann reichen oder ja das heißt alle gruppenmitglieder sind wieder komplett oben auf und wir können theoretisch in den tempel gehen aber wie ihr seht ist hier die karte ja ziemlich unaufgedeckt und da ich nicht so gerne halbe sachen mache das sind die stiefel der list die machen den list bonus hoch ist so verstecken gelungen das heißt ich zeige euch wenigstens einmal kurz den umriss des gebietes ich könnte natürlich auch so ein geschwindigkeitstrank trinken von den kalit mit sich umschleppt oder jahira mittlerweile da wäre ich genauso schnell mal hier durch gerannt wie lange gibt er eigentlich der trank fünf phasen sind 50 sekunden das ist nicht so lange deswegen gehen wir einfach mal normal hier durch ich will euch nur mal den umriss zeigen wie das gebiet so aussieht ich will hier nämlich nicht noch mit den untoten kämpfen was unnötig wäre was wollt ihr nichts leichter als das übrigens kann ich thalisa mal hier drinnen einmal rundherum schicken ich verschwinde jetzt während ich immerhin einmal nur außenrum um die insel schicke wo willst du hin herr jemini was soll denn das du bist ich hab genug davon es gibt hier teilweise orte mit sehr vielen bösen gegnern und mit dem brauchen wir uns nicht unbedingt noch anlegen wenn wir eh kurz vor dem ende sind so im schatten stecken von gelungen das heißt wir gehen da unten einmal unter meiner würde so äh wo willst du jetzt schon wieder hin ich weiß genau dass man hinter diesem tempel rum gehen kann also geh da auch bitte rum denn ich verschwinde jetzt ja wegfindung ist in diesem spiel manchmal echt ein graus nichts leichter als das du gehst wieder in die andere richtung genau weil du denkst dass das unaufgeklärte gebiet nicht passierbar ist genau deswegen gehst du außenrum was nichts leichter als das so mich kümmert es nicht ich habe genug davon schön dass du genug davon hast immerhin wir jedoch nicht ja seht ihr das ist eine insel die einfach so mal im wasser steht und auf der eine ganze stadt gebaut wurde eine ziemlich große insel also direkt unterhalb von baldos tor verseucht mit untoten wobei die große frage ist wie ist die ja wie ist die der eisen des eisenthrons jetzt war die kart schon selber der flammende faust sagen weil das sind die heißen ja hier im deutschen selten noch wie ist die seht ihr da ist ein ganzer haufen skelette und ganz ehrlich mit dem müssen wir uns nicht rum plagen mehr noch mehr skelette ja die wie es diese also die söldner von vom eisenthron geschafft haben hier runter zu kommen überhaupt und ja ich will euch nur den umriss kurz zeigen sind ja fast schon durch also hier in die gebäude werde ich jetzt nicht mehr reingehen das könnte ja selber mal machen wenn ihr das spiel mal spielen solltet und euch einfach damit zufrieden geben dass hier wirklich absolut nichts mehr ist so das war es eigentlich schon von unserem rundgang ja nichts leichter als das ich stelle mal die gruppe hier auf und jetzt kommt der schwierige teil nämlich der endkampf hallo ghoul 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 so du kannst hier rein zum rest der gruppe wir machen einen letzten save einen richtigen save lp ende ende so dann nehme ich hier jetzt hier reingehen wird noch mal im finale save angelegt nichts leichter als das kann ich euch auch gleich zeigen ja schöner empfang empfang was wollt ihr hier lang und ja zeige ich euch mal kurz den save am besten hier unter speichern genau final save wurde hier angelegt quick save autosave lp start habe ich selber angelegt damals ganz am anfang und ja theoretisch könnten wir diesen save schon benutzen um ihn in ballos g2 zu importieren allerdings ist es besser wenn wir sarivock besiegt haben wird eine chart datei erstellt dass wir die exportieren das ist einfacher als mit einem save game aber das kommt dann erst sehr sehr viel später so ein letztes mal quick save machen wir sehen schon mal angelo ist hier und ist durch ein shit geschützt und noch jemand der semi semi heißt und wir haben hier die musik aus dem hauptmenü übrigens dieser schädel hier ist böse der ist nämlich bedeckt mit fallen die nicht entschärfbar sind so wir gehen jetzt erstmal vorsichtig vor ich habe keine angst vorm sterben du etwa ja und sarivock spricht schon in der tat ihr gehört zur familie niemand sonst hätte es mit mir von angesicht zu angesicht aufnehmen können doch dies wird euch nichts nützen ich werde schließlich die herrschaft übernehmen und in den reichen wird ein neues zeitalter anbrechen in der tat ihr gehört zur familie niemand sonst hätte es mit mir persönlich aufnehmen können doch dies wird euch nichts nützen ich werde schließlich die herrschaft übernehmen und in den reichen wird ein neues zeitalter anbrechen ihr seid verrückt was erhofft ihr davon einen toten gott wieder zum leben zu erwecken es muss eine andere lösung geben bruder wir könnten uns zusammentun und gemeinsam gegen das böse kämpfen sicher nicht was gibt es das recht was gibt euch das recht diese neue ära zu beanspruchen was ich nicht gedenke sie euch wegzunehmen euren üblen machen wirtschaften wird hier ein ende gesetzt dieser gott bleibt tot und ihr werdet ihm gesellschaft leisten ihr seid verrückt oder die straßen werden voll blut sein wenn ich meine arbeit beendet habe vater baal ist tot doch mit dem gemetzel das ich inszenieren werde werde ich beweisen dass ich sein würdigster nachfolger bin durch mich wird seine macht aus der asche auferstehen die straßen werden blutgetränkt sein wenn mein werk vollbracht ist nachfolger gottheilen sie nicht dafür bekannt freiwillig ihre macht zu teilen und was wenn ich beweisen kann dass ich diese macht mehr verdiene nichts gebührt euch außer dem tod durch meine hand werden euch durch meine hand zu treiben werden soll nachfolger gottheilen sie nicht getan na ich wünsche nicht seine macht wieder herzustellen sondern nur sie in mir auferstehen zu lassen mit dem göttlichen blut das durch meine adern fließt werde ich die macht über das was er so töricht verloren hat an mich nehmen ich werde baal sein das ist das einzig akzeptabel ergebnis und zwar lege ich dich diese sache so abzuschließen wie es unserer herkunft gebührt tretet mir gegenüber tretet dem neuen herrn des todes gegenüber angelo tazok oh tazok ist auch hier zeigt euch damit wir uns das hier beenden können ok oh du würdest gleich mal ein alb das können wir bannen das war jetzt gerade genial er hat versucht die zu übernehmen nichts leichter als das also thalisa zu übernehmen ok erstmal müssen wir diesen semi loswerden gut speichern nicht möglich ach ja weil wir uns mit dem kampf befinden so das war der erste gegner mich kümmerts nicht ich hab genug davon und ja meine strategie ist es erst einmal seine kohorten rauszulocken ohne dass wir ihn anpissen ja da wäre es die arbeit meines vaters wow ne 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 nicht so gut so du bist im schatten ich habe keine angst vorm sterben du etwa wo sind angelo und ähm töten ist die arbeit meines vaters nimm es an so wie ich es tat habe ich was verpasst oder haben sich angelo und tazok dünn gemacht das war nicht so geplant das war nicht so geplant ähm immerhin ausstehen ich habe keine angst vorm sterben du etwa in meinem schatten verstecken gelungen er hat sich nur unsichtbar gemacht quick save noch mal so aber das war die blitzfalle die ich gerade entschärft hatte ja die sollte ich erst ausschalten genau diese blitzfalle hier schatten verstecken fegel schlagen willst du mich veralbern übrigens die kannst du wieder haben kann ich das hätte ich jetzt fast vergessen gut dass wir das mal passiert ist jetzt hätte ich fast vergessen was zu erklären nämlich die sache mit den goldenen pantalons und meiner waffe mit den goldenen pantalons ist es nämlich so die müssen in thalysas inventar sein also dem inventar von meinem major damit ich die ins in ballos g2 mit übernehmen kann es gibt nämlich insgesamt nur drei gegenstände beziehungsweise eine liste von zweimal vier gegenständen plus die goldenen pantalons und von jeder liste kann ich nur einen gegenstand übernehmen wenn ich kein gegenstand im inventar habe außer dem pantalons jetzt vielleicht werden bestimmte default gegenstände ausgewählt einer davon wäre baldurans helm den kriege ich auf jeden fall in ballos g2 wieder auf welchen sich hier im inventar hat und eine rüstung werde ich auch wiederkriegen gut das heißt du machst dich jetzt wieder unsichtbar gehst hier vorsichtig ran mhm ja ihr seid verrückt nachfolgt so der macht jetzt sein divisionstor zaubert sein albtraum du bahnst das am besten gleich wieder so dann hauen wir den um den rest stellen wir hier mal so auf und bei dir wurde das gleich gebannt mist was macht das noch mal das ist großer malison können wir dir selber auch nö naja ist egal gut das heißt es ist baff zeit zaubertrank 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 die sind geschluckt du den du deinen letzten stärketrank du kannst nichts so dann kannst du ja mit dem buffen losgehen du den hier gebet du kannst dich vervielfachen du kannst schon mal den hier sprechen du kannst Schutz vor dem bösen du kannst verschwimmen du kannst noch Verteidigungskoordination dann den da du aktivierst den so ach und am besten noch den magischen hammer so speichern ist nicht möglich das heißt wir schicken jetzt erstmal dünner hier vor dann kann sie da Feuerbälle werfen so das hat ordentlich weh getan die straßen werden voll blut sein und sarivock töten die anderen beiden scheinen nämlich unbeantragt zu sein oh sarivock ist umgekommen die schlacht ist gewonnen wir haben schnell gewonnen eine abschließende spielspeicherung wurde im entsprechenden speicherfeld vorgenommen alle vom spieler generierten charaktere wurden exportiert char 1 etc dialog beenden so ist sarivock gestorben so ist sarivock gestorben so ist das so ist das so ist das WDR mediagroup GmbH 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 wurde weil die gebiete zu hoch waren für mich deswegen habe ich mir auch schon viel zeit gelassen alles zu erkunden mich ordentlich auszurüsten erfahrung zu sammeln max level zu erreichen was wie ich gesagt habe möglich ist wir haben sogar noch mehr erfahrungspunkte bekommen als wir überhaupt hätten bekommen können also wir haben ziemlich viel erfahrungspunkte verschenkt wenn man es so sagen will aber ich wollte einfach keine mod installieren die das experience points cap auflöst ich wollte das wirklich schön so lassen wie es ist ich mag eigentlich solche mods nicht die so viel am gameplay drehen weil das hat wirklich seinen grund dass das level cap erfahrungspunkte cap dieses ja dieses maximum hat das werden wir dann auch beim zweiten teil sehen ich verabschiede mich von diesem projekt und sage ein hi ho bis zum nächsten projekt